hey und herzlich willkommen zur elften folge von mycroft stranded bevor ich euch zeige was ich gemacht habe draußen weil möchte ich heute mit euch etwas herstellen und zwar nennt sich das Groot hier für Ticker's Construct, Groot, Groot, Groot so und so haben wir jetzt ein paar einiges von das schmelzen wir nämlich durch und scheiße ich habe ein paar firmen ja oh gott 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 sorry ich muss hier mal kurz rein schon die sieben sekunden halte ich noch aus schon hat schon eine gott sei dank ich habe es ausgehalten gut komm ich zeige euch da mal was ich oben alles gemacht ich habe hier ein paar sachen bekommen und das liegt an folgender tatsache die nehme ich noch mal mit ah gott scheiße ich habe hier erweitert und den baum gepflanzt wo er auch früchte schon dran hängen hier orangen sind nicht so gut zu essen aber trotzdem gut so die smeltery baue ich da hin aber vorerst mussten wir erstmal hier paar sachen machen also was steht dann hier im schönen quest büchlein was wir brauchen smeltery controller ja ok wir brauchen erstmal smeltery controller seared furniture seared furniture smeltery smeltery e moment ma e tinkos construct 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 bier ops das wollte ich nicht he sealed furn ski tank controller also das ding brauchen wir auch mh men weil nee oder ich muss die jetzt nicht alle finden Casting Table ok ok gut das machen wir dann heute doch nicht ähm was machen wir denn heute erstmal wieder runter gehen ok ähm ähm also ich habe jetzt ein minimales Problem und zwar sieht mein Problem wie folgt aus ich kann dummerweise nichts machen das packen wir mal alles rein gut dann muss ich mal hier reingucken Long Range Scanner have detected an unknown origin rent as a ring the planet as a sphere please install with Jade minus 12 also minus 204 Moment mal ja ich brauche hier mal ein paar slimeballs wo habe ich die reingelegt wahrscheinlich dann hier hinten so slimeballs so die brauche ich einmal die slimeboots und ich brauche infested leafels die sind auch hier hinten drauf gut so so die infested leafels muss ich durchballern so so weil da machen wir uns heute in dieser folge ähm mal mal die dingens und bis zur nächsten hier die ähm slimeboots getönt so und bis zur nächsten finde ich dann raus wo genau der Punkt ist und ob es einen anderen Weg gibt oder beziehungsweise ob wir das brauchen damit wir die Tinkers Construct die Smeltery wie fallen können so so wie fallen können gut ich weiß gar nicht 3 ok ein slimeball brauche ich noch auf jeden fall warte mal die slimeballs nehme ich mal mit runter okay okay kann er jetzt endlich nochmal ein slimeball rauskommen bitte ja geht doch so wenn ich jetzt nämlich die slime boots anziehe kann ich mich hier schießen wir uns einfach mal hoch bouncen wir hier auch noch ein bisschen und ja so so dann jumpen wir hier einfach mal ein bisschen lang so oh shit da ist eine stadt so und das war zum beispiel jetzt eine kleine expedition oder würde sich einfach mal angucken was ich alles freigelegt hier ist eine pyramide und hier in die stadt werden wir auch noch müssen ja lust darauf aber hier ist nicht unbedingt aber was getan werden muss muss getan so und so haben wir jetzt einige schon frei gedeckt und ich würde sagen das war es jetzt auch mit dieser folge bis zum nächsten mal haut rein tschau tschau